Herzlich Willkommen bei Radio München. Die Nazikeule ist eine der wesentlichen Krücken unserer gespaltenen Gesellschaft. Wo kein Dialog möglich ist, wo Weltbilder kollidieren, wo Emotionen hochkochen und die Ratio verdrängen, da verschafft der inflationär verwendete Begriff Nazi Abhilfe. Der Stempel ist heute für jeder Mann und jede Frau zu haben. Eine unbequeme Frage, eine unverstandene Ansicht, ein falsches Wort und prompt landet derjenige begrifflich in jenem Topf, in dem ursprünglich die Gräuel des Dritten Reiches aufbewahrt wurden. Der Begriffsmissbrauch findet übrigens links, rechts und in der Mitte statt. Was dabei oft übersehen wird, ist, dass dadurch jene Taten sträflich verharmlost werden, deretwegen wir den Topf am Köcheln halten. Was steckt hinter dieser Wut, sich mit vor Erregung zitternden Händen an der Nazikeule festzuhalten, allzeit bereit, sie dem politisch Andersdenkenden überzuziehen? Sylvie-Sophie Schindler begibt sich auf Spurensuche mit ihrem Text »Über all Nazis – eine Nation außer Rand und Band«. Ulrich Allroggen hat ihn für uns eingelesen. Schluss mit der Nazi-Kostümierung. Man hat sie nun ausreichend in Spielfilmen aufmarschieren lassen, die Eva Braun, den Albert Speer, Adolf Hitler sowieso und nun Rudolf Höss, den brutalen Lagerkommandanten von Auschwitz. In dem inzwischen mit einem Oscar ausgezeichneten Holocaust-Drama »The Zone of Interest« zeigt der britische Regisseur Jonathan Glazer den Alltag der Familie Höss, die direkt an der KZ-Außenmauer lebte, in einer Villa mit grasgrünem Garten und prickelnd blauem Swimmingpool. Da das perfekte Idyll, dort das grausame Sterben von vor allem jüdischen Menschen. Zig Spielfilme arbeiten sich seit Jahrzehnten am sogenannten Dritten Reich ab. Dass sie es dadurch lebendig halten, wird kaum thematisiert. Im Grunde aber besteht Hitler-Deutschland auf fiktionaler Ebene ungehindert weiter. Allein. Niemand stört sich daran. Zum einen spülen Holocaust-Dramen Milliarden in die Kinokassen, besonders im anglo-amerikanischen Raum herrscht ein regelrechter Hype. Und vor allem gilt das durchschlagende Argument, sie würden benötigt, um an ein Nie-Wieder zu mahnen. Der Beweis allerdings, dass Schindlers Liste, der Untergang oder Napolar, um nur einige zu nennen, gegen totalitäre Entwicklungen präventiv wirken, ist bisher nicht erbracht worden. Im Gegenteil. Gerade die Pandemiejahre haben gezeigt, wie anfällig eine Gesellschaft ist, in schauderhafte Unmenschlichkeit zurückzufallen, die auf staatlich legitimierte Hetze und Ausgrenzungen basiert. Das übrigens ist keine Gleichsetzung, sondern die Beschreibung von offensichtlichen Parallelen unter freilich völlig anderen gesellschaftspolitischen Umständen. Nur weil niemand in Konzentrationslager verfrachtet wurde, ist die Brutalität während der Corona-Ära nicht weniger wahr. Seitdem sollte allerspätestens klar sein, dass in Sachen NS-Aufarbeitung ziemlich viel schiefgelaufen ist. Und also auch der 522. Holocaust-Film das Ruder nicht herumreißen kann, wenn eine Gesellschaft erneut Richtung Totalitarismus marschiert. Welche Berechtigung hat das Genre überhaupt noch, wenn es doch ganz wesentlich auf einem Nie-Wieder-Versprechen fußt? Das Starren auf Nazis, egal ob auf der Kinoleinwand oder auf dem Flatscreen, bringt uns also nicht weiter in der zwar viel gelobten, aber inzwischen offensichtlich stagnierenden deutschen Aufarbeitungskultur. Auch andere Formen der Erinnerungsarbeit, Gedenktage, Schweigeminuten und dergleichen, lassen die deutsche Gesellschaft nicht aus den Klauen der NS-Zeit. Im Gegenteil, mehr denn je scheinen die Deutschen von ihrer bestialischen Geschichte eingeholt, obwohl nur mehr die wenigsten noch tatsächliche Zeitzeugen sind. Es scheint, als hätten die Pandemiejahre uns in einen perfiden Strudel gezogen, von dem wir dachten, er wäre längst durchstanden. Anders gesagt, nicht nur via Fiktion, sondern auch im deutschen Alltag und da auf einer vor allem gefühlten Ebene ist das NS-Regime immer noch lebendig. So ein Blödsinn entgegnen gewiss die, die Parallelen nur dann erkennen wollen, wenn sie mit einer plumpen 1-zu-1-Übersetzung konfrontiert würden. Aber es braucht keine nächsten Reichspogromnächte oder die Errichtung von Konzentrationslagern. Es genügt schon das enorme emotionale Aufgewühltsein einer Nation, um zu erkennen, dass die Geister der Vergangenheit immer noch wüten. Und zwar quer durch alle politischen Lager. Es scheint fast, als würde man sich gegenseitig darin überbieten, überall NS-Protagonisten zu wittern. Dabei greift ein kruder Mechanismus. Gerade die, die so fieberhaft gegen sie ankämpfen, brauchen Nazis, egal ob es tatsächlich welche sind oder nicht, um sich als besserer Mensch zu fühlen. Es existiert also eine emotionale Abhängigkeit von dem Feindbild Nazi. Auf Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen wurde etwa Virologe Christian Drosten mit dem KZ-Arzt Josef Mengele verglichen. ZDF-Frau Sarah Brossetti wiederum bediente sich des Vokabulars des SS-Arztes Fritz Klein und betitelte Menschen, die sich gegen eine Impfung entschieden hatten, als Blinddarm und also, Zitat, Eine Demonstrantin aus Kassel bezeichnete sich während der Pandemie als Sophie Scholl. Ebenso auf den Spuren der Widerstandskämpferin sieht sich neuerdings die Generation Greta, die auf Demos gegen rechts Schilder hochhält mit der Aufschrift Es gab ungeimpfte Menschen, die sich gelbe Sterne mit der Aufschrift ungeimpft aufgenäht haben, ähnlich jenem Stern, den Juden in NS-Deutschland ab 1941 tragen mussten. Im linksgrünen Komplex wiederum befürchten manche, dass Migranten vielleicht bald mit eben solchen Sternen herumlaufen müssen. Laut Gerücht vorangetrieben von der AfD, die unter den Verdacht gestellt wird, klammheimlich eine Nazi-Diktatur errichten zu wollen und angeblich jeden, der nicht deutsch genug ist, was auch immer das heißen soll, deportieren würde. Eine hyperventilierende Gesellschaft kurz vor dem emotionalen Kollaps, mindestens hysterisch und selten ohne Referenz auf Hitler-Deutschland. Vielleicht würde ein Voodoo-Priester die Deutschen als besessen einordnen und ein Psychoanalytiker würde wohl zig Neurosen diagnostizieren. Völlig durchgedreht wurde es neulich im Fall einer 16-Jährigen aus Mecklenburg-Vorpommern, die wegen eines Schlumpf-Videos, in dem sie ihre Affinität zur AfD bekundet hatte, nicht nur eine polizeiliche Gefährderansprache im Schulgebäude über sich ergehen lassen musste, sondern von regierungstreuen Medien regelrecht gejagt wird. Als ein Video auftauchte, in dem das Mädchen eine Jacke von Helly Hansen trägt, auf der logischerweise das Logo HH abgedruckt ist, stellte das unter anderem die FAZ so dar, Zitat, auf dem Kapuzenpullover sind die Buchstaben HH aufgestickt, was für Heil Hitler steht, Zitat Ende. Auch Kindergartenkinder stehen übrigens längst unter Verdacht. Bereits im Jahr 2018 wurde eine vom Familienministerium unterstützte Broschüre herausgegeben, in der dargestellt wird, dass kleine Mädchen, die Kleider und Zöpfe tragen und gerne Handarbeiten, aus, Zitat, völkischen Familien stammen könnten. Wie beängstigend wird es eigentlich noch? Fehlt nur noch, dass man auf Ultraschallbildern nach dem Hitlergruß fahndet. Und wer hat eigentlich nachgezählt, wie viele Nazis in unserer 83-Millionen-Republik herumrennen? So inflationär, wie dieser Begriff verwendet wird, dürfte irgendwann kaum jemand übrig bleiben, der nicht unter Nazi-Verdacht steht. Es gibt Menschen, die alle Nicht-Geimpften so betiteln. Viele Corona-Maßnahmen-Kritiker wiederum wittern in Regierungsreihen Nazis. Andere unterstellen Kritikern der Klima- und Gender-Ideologie, sie wären Nazis. Wer Probleme in der Migrationspolitik anspricht, bekommt das diffamierende Etikett ebenfalls aufgepappt. Und so weiter und so fort. Besonders ZDF-Mann Jan Böhmermann berauscht sich regelrecht daran, beständig zu rufen, schaut her, ich habe einen Nazi entdeckt. Er meint damit dann beispielsweise Friedrich Merz und dessen CDU oder rückt etwa TV-Talkerin Sandra Maischberger in Nazinähe. Glaubt wirklich irgendjemand daran, dass die Merz und Maischbergers still und heimlich darauf warten, plündernd und mordend durch Deutschlands Straßen zu ziehen? Oder dass protestierende Landwirte, die ebenfalls mit einer Gülle von Nazi-Vorwürfen überschüttet wurden, von einer Karriere als SS-Sturmbahnführer träumen? Wenn jeder als Nazi gilt, was bedeutet die Bezeichnung dann noch? Dann geht es höchstens um eine Unmutsbekundung gegenüber Menschen, die eine andere Meinung haben als man selbst. Um solche, die einem irgendwie nicht in den Kram passen. Dann meint man damit also nichts weiter als Du Depp. Die Schärfe ist damit raus und auch die Drohung, die ursprünglich intendiert war. Wer als Nazi diffamiert wird, mit dem verbietet sich eigentlich jedes Gespräch, da er automatisch als Rassist, Antisemit und Massenmörder gilt. Nun soll mitnichten angestrebt werden, den Begriff als verbales Drohmaterial wieder aufzurüsten, sondern ihn endlich dort einzuordnen, wo er hingehört, in die Vergangenheit. Nazis waren Anhänger des Nationalsozialismus, also einer völkisch-antisemitisch-nationalrevolutionären Bewegung, die sich in Deutschland als Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei NSDAP organisierte und von 1933 bis 1945 unter der Führung Adolf Hitlers eine totalitäre Diktatur errichtete. Anders gesagt, wer von Nazis spricht, der spricht bis auf die sehr wenigen allerletzten Überlebenden, von Toten. Zugleich gibt es auch heutzutage Menschen, die sich in eindeutig nationalistisch-völkischer Weise mit rassistischen Parolen und unter Hervorhebung eines natürlichen Führungsanspruchs der Deutschen äußern und die, wenn man Präzision walten lassen will, je nach Ausprägung entweder als völkisch, identitär, rechtsradikal oder neonazistisch einzuordnen sind, aber eben nicht als Nazis. Der inflationäre und eben faktisch nicht richtige Gebrauch des Begriffs Nazi führt außerdem zu einer unzulässigen Relativierung der Brutalität der Nazi-Diktatur. Wenn ein Schlagersänger wie Michael Wendler oder ein Volksmusikbarde wie Heino als Nazis gelten, beide erlebten entsprechende Diffamierungskampagnen, wie gefährlich können dann Nazi-Verbrecher wie Josef Goebbels und Heinrich Himmler überhaupt gewesen sein. Anders gesagt, wer lässt sich tatsächlich gleichsetzen mit Menschen, die einst am Holocaust mitwirkten? Und noch anders, hat man sich wirklich klargemacht, und zwar emotional klargemacht, was unter der Herrschaft Adolf Hitlers geschehen ist? Wieso diese Frage? Muss sich jemand, der in Deutschland sozialisiert ist und damit in dessen Aufarbeitungskultur diesbezüglich Versäumnisse vorwerfen lassen? Vielleicht wäre es gut, die Frage noch einmal zu hören. Hat man sich wirklich klargemacht, und zwar emotional klargemacht, was unter der Herrschaft Adolf Hitlers geschehen ist? Es geht also um Gefühle und nicht um ernste Worte und strenge Gesichter an Gedenktagen, und schon gar nicht geht es um Fakten, nicht um den Inhalt der Sportpalastrede von Goebbels oder um die Art und Weise, wie Adolf Eichmann den Transport der europäischen Juden in die Vernichtungslager organisiert hat. Von allen Gefühlen dürfte Trauer das am meisten Vernachlässigte sein. Bereits im Jahr 1967 erschien ein Buch mit dem Titel »Die Unfähigkeit zu trauern«, das psychoanalytische Werk von Alexander und Margarete Mitscherlich ist, was die NS-Aufarbeitung betrifft, das Buch der Stunde. Denn es weist den Weg dorthin, wohin wir bisher noch nicht gegangen sind. Und es ist nun an der Zeit, dahin aufzubrechen. Gerade die permanent in der Gesellschaft hochschlagenden Emotionen, das ganze Nazi-Gebrüll, all die Verdächtigungen und NS-Vergleiche enttarnen uns als die, die sich in ihrer eigene Historie vollkommen verstrickt haben. Daher wagen wir es, die Unmenschlichkeit und Abgründigkeit emotional so weit an uns heranzulassen, dass wir, dass eine ganze Gesellschaft darüber tief und ehrlich trauern können. Eben darum drücken wir uns seit Jahrzehnten um all die kollektiven Tränen. Wann werden sie endlich geweint? Sie hörten Sylvie-Sophie Schindlers Text »Überall Nazis – Eine Nation außer Rand und Band«. Sprecher Ulrich Allroggen. Sylvie-Sophie Schindler ist Philosophin und freie Autorin. Sie betreibt den YouTube-Kanal »Das Gretchen« und den Telegram-Kanal »Gretchensdorf«. Mein Name ist Sabrina Khalil und ich wünsche Ihnen allen noch einen frohen Ostermontag. Möge die Fähigkeit des Einander-Zuhörens wieder auferstehen. Bis zum nächsten Mal hier bei Radio München.